Von daher ist schlechter als sonst ja auch besser als bei anderen, wenn sie gut sind. Verstehst du? Kinder, was geht denn bei euch? Oh mein Gott, ich habe Premium auf Aufnahme gedrückt und aufs Spiel suchen. Und ich habe sofort, sofort was gefunden. Du nimmst nicht an, du letzter kleiner... Oh Gott, jetzt drücke ich... Was? Bitte komm schon. Das ist doch scheiße jetzt schon wieder hier. Also wir zocken hier eine Runde Cash. Ich werde einfach mal direkt auf den Putz hauen hier und den Leuten zeigen, wie der Hase läuft. Kommt her, ihr Pisser. Ich mache euch tot. Boom, boom, boom. Hallo Team. Super, hört sich aber schon mal gut an, nicht wahr? Stimmt, ich habe einen 130er Ping. What the hell? What the fucking bloody hell is there nose? Ja. Nice. Alter, wie wir sie gepimtet haben, man. Crazy. Voll die Verwirrungstaktik links, rechts. Anschießen, weggehen, aufgeben. Kurz mit denen essen gehen und so tun, als würde man sie mögen. Und dann PAM. Ich habe immer noch einen 127er Ping, aber ich merke nichts davon. Spürt ihr was? Spürt ihr meinen Ping? Könnt ihr in euch fühlen? Wasser geht einfach raus, ihr seid so krass unterwegs. Easy, piece, lemon, squeeze und fuck. Ich habe Granit gedroht, überwacht. Meine Maus fühlt sich immer noch sehr langsam an, ich muss euch jetzt mal direkt ein Update geben. Ich habe jetzt ja ein Maus-Bungie. Aber das ist super. Ich habe aber jetzt auch ein Maus-Pad. Das ist auf der einen Seite vor allem für die Entfernung ultra gut, denn... Ich habe jahrelang auf dem Tisch gespielt, also über Holz, zah, zah, zah. Und jetzt ist halt alles sehr, sehr langsam. Aber das ist einfach eine Gewöhnungssache. Ich will einfach so jetzt weiterspielen, auch wenn ich am Anfang jetzt vielleicht etwas schlechter bin als sonst. Macht aber nichts, denn ich bin gut. Von daher ist schlechter als sonst ja auch besser als bei anderen, wenn sie gut sind. Verstehst du? Und daran musst du gerade mal denken, wenn es dunkel ist. Das wird ja der Verschub des Jahrhunderts. Wow! Jetzt machen wir ein Eko, okay? Sind Sie wirklich... Are you verarschend mit mir gerade jetzt? Das ist nicht ein Eko, ist es nicht? Oh nein, jetzt. Oh nein. Let's play slow in der Schnee. Nice. Die sind schon gut, ne? Erstmal einen Schluck hier, ne? Oh, das ist erfrischend. Stößchen! Ich habe vorher noch die Dummdödel-Challenge aufgenommen. Höchst emiziös. Ich kann... Ich lade die Dummdödel-Challenge zuerst holen, deswegen kann ich ja jetzt hier euch das Ergebnis sagen. Ich habe ja nochmal gewonnen. Obwohl die sogar Vorsprung hatten, Alter. Total weak. Die sind total weak, die leid. Oder ich bin halt schweinig gut. Nein, 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 nein. Fuck. Nein, 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 nein. Guck mal, geil. Was die für coole Bilder drin haben. Die haben alle diesen Kappaknirsch drin. Yeah! Büsches! Hab da gesehen. Ich bin halt auf die Entfernung schon ganz gut. Ich sag's mal so. Kenny S. Kenn ich zwar nicht, aber ich sag's einfach mal mit meinem Namen zusammen. Kenny S. Beide fangen mit K an. Wenn man K zusammenlegt, in eine bestimmte Richtung wird es zum Pentagramm. Pentagon. George Bush. Die Türme. Inside Job. Und dann mach ich einfach mal weiter. Leute, der Stream. Gestern. Alter Verwalter. Ah, da hat man kurz den Ping gemerkt. Mir ist fast ein Ei geplatzt, so geil bei der Stream. Ohne Witz. Oh mein Gott, wie wir gerade vorgehen. Ab nochmal, Mann, Mann. Ey, mir ist so pervers on point, Mann. Alter, hunderter Brezzi, oder Wallin? Hunderter Brezzi. Ich hab heute hunderter Brezelgäste da. Schon wieder ein Stern für mich. Ich sammle sie halt. Ihr seid doch sicherlich auch gerne manchmal einfach so richtig dumm. Ich will oft behindert sagen. Ich weiß, ich muss an der Stelle sagen, ich sag oft behindert. Ich mein das natürlich nicht so, wie ich das sag. Das ist, soll nichts. Das ist dumm, wenn man sagt. Das soll nichts gegen Behinderte sein, weil ich es ja trotzdem mit dem Kontext nenne. Deswegen, tut mir einfach leid. Ich mach's aber in Zukunft weiter, weil ich lustig bin. Unter dem Deckmantel der Sarkasmus und der absichtlich stark abstrakten Hose. Darf ich das ohne Probleme machen? Alter, wir zerlegen diesen Kappa-Clan. Oh mein Gott, da kommt einer. Und wenn's, aber nett mit mir. Ich bumm mir in die Fratz. Pass aufach. Achtung, pass aufach. Achtung, pass aufach. Gib mal grad aufach. Ha! 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 Wo war der? Das war eindeutig mein Kill. Ich bekomme von euch so ne dermaßen pervers, krasse Unterstützung. Es ist einfach nicht mehr normal, du. Es ist einfach nur krass. Also ich bin so, ich bin richtig glücklich. Auf Twitter, auf Facebook, diese ganze Interaktion auf YouTube, im Stream, hin und her. Es werden Sachen für mich gemalt. Es ist einfach krass, wirklich. Ich bin so richtig frungen, dass ich ruhig hab. Und das ist jetzt kein Schmarrn. Was ist ein Stück sagt mit A? Die schon mal auf die Fresse bekommen, oder was? Oh fuck. Leider hat gecheatet. Macht nix. Ha! Wer da hängt? Wie bitter war das? Der kommt angeschlicken. Pow! Ah! Nein! Dieser Bichse! Da stehen sie einfach um die Bunga. Oh okay Männer, seid ihr bereit Das looks not so grett, das sieht nicht so grettchenmäßig aus Alles klar man! Ich hab genug mehr! Are you kidding me dude?! Scheiß doch die Wand an, ey! Was für ein dummer Platz um stehen zubleiben Verliere Shecky Lobster immer bleibt da am Schluss übrig die Zackary Ist der Schick- Photo Man Begin B. Let's go B Ah, fuck, man! Ich dachte, ich kann einen Umrush. Come on, Bro! Okay, einen haben wir genutzt. Der Meid deraway. Nein! Jetzt steht schon 7-7, Leute. Zwei von uns sind schon down, drei von uns sind down. Und da steht die AWP. Right away. Wie unglücklich. Scheiße, man. Die waren jetzt sogar zu dritt auf B. Hab ich es richtig gesehen? Also die Mates. Oh, von Mitte. Einfach jetzt noch ein Ultra Rush hier zum Ende hin. Ist wirklich ein dreckiges Spiel gerade. Richtig reugig. Die Mates kreischen nur rum. Regen sich aus. Und ich sterbe. Wie kann es sich ein Spiel nur von ultra gut auf so behindert? Umschwingen. Der eine labert dann dauernd. Das ist ein Smurf. Das ist ein Smurf. Komm, wir geben einfach auf. Unser Kollege hat einen Ping von 700. Oh, Mann. Männer, ihr schafft es. Die AWP ist schlecht. Oh, Mann. Was macht der? Warum geht der nicht raus? Die sind zu zweit mit Schnellfeuerwaffen. Und warum gehen sie nicht ran? Warum? Er hebt die AWP auf. Oh, warte kurz. Alter, Verwalter, Mann. Ich fühle mich auf B echt wohl. Der hätte von vornherein irgendwie sitzen sollen. Nein, was? 90. Oh, mein Gott. Es war doch wieder scheiße, oder? Mit der Deagle da gerade eben. Er kommt an, gerade ein P, P, P. Und ich, oh, oh, oh. Ich habe voll Schiss, dass er mich killt. Was macht er? Er killt mich. This is so typical. Der ist bestimmt jetzt im Heaven und es geht jetzt auf B. Pass mal auf. Oh, mein Gott. Veganer, oder? Oder? So ein lucky Bastard. Ich habe ihn halt voll auf den Spot erwartet und habe überhaupt nicht gerade ausgeschaut. Ich habe so nach rechts, alles schon, meine ganzen Kräfte nach rechts auf den Spot gelegt. One checker, one checker. Checker ist down. Nice. Bomb, bomb checker. Oh, fuck. B-Man, nice. Nice. Alter, machen wir ja gerade einen Draw oder was? Nee, die lassen uns gerade nicht. Was fand das? Kinder. Was war das für ein scheiß Team-Mate-Wurst-Kill? Immerhin noch schön hier unten geholt und sogar nur einen vierten Stern. Aber ich habe mich so verschlechtert, kriege ich das an. Ich war vorhin bester und jetzt nicht mehr. Gut, wenn ihr das hier macht, gehe ich wieder auf die Mitte. Jetzt gehen sie eher auf A. Shit, jetzt gehen sie auf A. Go, 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 go. Oh Gott, Orange, haltet durch. Ah, steht ja direkt nach rechts in der Seite, im roten Container, der Pisser. Und da ist er down, da haben sie ihren Sieg geholt. Aber wir haben noch hart gekämpft, würde ich sagen. Und ich habe einen Scar 20 Storm und keinen Downrank. Also, wenn das nichts ist, oder? Leute, das war was Halbes und was Ganzes, die Runde. Der Anfang war geil, das Ende war recht gut, aber zwischendrin waren so ein paar Passagen. Nichts. Ich war komplett still, habe sofort auf die Fresse bekommen. Alle kreischen rum, das war halt blöd. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht gebt ihr einen Daumen nach oben, wenn ihr was vom Nikolaus wollt. Wenn nicht, ja gut, dann nicht. Aber das Kriegstchenkirchen kommt auch nichts zu euch, ne? Ist klar. Alle Hauptgeld, bis dann. Ciao.